herzlich willkommen zu einer neuen folge von mass effect andromeda unser auto steht da unten bevor wir jetzt kurz losdüsen eladen pech gehabt rebellisch verhandlung mit koganern bin ich aber ein bisschen irritiert da war doch irgendwas mit instabil oder so ich gucke mal ganz unten vielleicht sind die neuesten ja ganz unten nein natürlich nicht dann ist es anscheinend habe ich habe ich hier übersehen gut kümmern wir uns erst mal um mein haupt anliegen die monolithe so der zweite ist da versuch mal auf die straße zu kommen da dann weiter zu fahren ich registriere für uns einen temperaturabfall die plünderer haben in den dünen ein lager aufgeschlagen na gut kämpfen wir jetzt mal eine runde machen wir gleich ich liebe diesen truppen pathfinder dieser gesetzlose starb an einer hochgradig ansteckenden krankheit wir dürfen nicht zulassen dass sich das auf unsere leute ausbreitet können wir können finden möglicherweise falls ich mehr daten erhalte ich glaube ich glaube ich kann nicht mal den grund sehen ich registriere temperaturen über dem normal ja wir gehen ja jetzt schon ins auto hin ok noch eine quest nebenbei mit eingesammelt so gehört sich das wir müssen weiter dahin fahren ich versuche hier um den bergwissen um zu fahren ich bin ziemlich sicher dass keiner von uns wirklich wusste worauf wir uns da einlassen gelackmeiert hübsches wort ja das habe ich von zit sie steht auf dieses merkwürdige alte zeug der menschen auch ein guter name für einen drink der gelackmeierte und wir sind ganz falsch ich würde ihn probieren so hier müssen wir irgendwo lang ja ist mir gerade egal ja das sieht besser aus dann haben wir da auch gleich einen aufklärungsposten das ist ganz gut dann haben wir schnell reisepunkte umgebungstemperaturen liegen innerhalb des toleranzbereichs äh noch ein stückchen die umgebungstemperatur liegt im normalen bereich lebenserhaltung ist stabil automatische protokolle aktiviert errichte aufklärungsposten abbauzonen wurden ihrem navsystem hinzugefügt pathfinder ok so dann räumen wir mal ein bisschen der straße ich sehe die straße nicht ich bin auch nicht auf ihr da ja dann haben wir also zwei wüstenplanete ein sehr bewachsener und ein ich versuche konsequent zu sein sie lehnt sich auf ich gebe die regeln vor sie lehnt sich noch mehr auf genau das ist ihr problem natürlich brauchen kinder Grenzen aber sie müssen auch wissen dass sie nicht der Feind sind unser vater hätte diese meinung nicht geteilt ihr vater scheint ein ganz besonderer Kern zu sein spezialeinheit richtig ja sowas ähnliches er hat es nie genau erklärt ist er verschwunden? ja die sollte kenne ich aktiviere automatische errichtung von aufklärungsposten und wir müssen dann wahrscheinlich hier durch ja die straße führt da auch lang gut er ist da der ist da naja anscheinend ich mir oh hier sind relativ viele Tiere alle erwischt ich muss glaube ich sagen also ich liebe ich mag ja wüsten oh hier versammeln sich also die miesesten da kommen wir nicht durch gut dann müssen wir hier über die weite glaube ich lang oder da hinten lang da hinten rum so so solange diese Kerle hier sind wird Eladen niemals ein sicherer Ort für eine Besiedlung sein sie müssen weg okay gehen wir es an ja jetzt noch nicht wir müssen aus dieser Hitzezone raus ähm was wollte ich jetzt sagen ich weiß es nicht ich registriere Temperaturen über dem Normalwert manchmal frage ich mich was aus Sid und mir geworden wäre wenn wir ein besseres zuhause gehabt hätten vielleicht wären wir heute nicht ganz so schwierig schwierig ist gut sie haben aus dem was sie hatten etwas eigenes gemacht mehr kann sich keiner von uns erhoffen ich wünschte sie hätten uns erzogen alter Mann dann wäre etwas viel schlimmeres aus ihnen geworden aber vielleicht eine bessere Schützin so achso da warte mal da müssen wir links lang oh dann mal drehen dann geht es hier weiter ah da ist das Reliktschiff äh was mir gerade auffällt kann auch sein dass mir das nur so vorkommt aber mir ähm quatschen die Begleiter zu viel äh ja sie reden recht finde ich oft hintereinander weg also nicht verteilt sondern so oft hintereinander ähm so wie jetzt eben gerade die ganze also seit Anfang der Folge das finde ich dann ein bisschen anstrengend weil man dann gar nicht so Zeit hat allem genau zuzuhören jetzt ist ja eine längere Pause das ist auch vollkommen in Ordnung ähm das ist ein abgestürztes Reliktschiff ja und Interaktion also so Gespräche zwischendurch braucht man natürlich auch um die Welt lebendig zu halten also das keine Frage wir fahren jetzt einfach mal querfeldein aber irgendwie finde ich hier die Abstände noch nicht so gelungen aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor weil es gerade jetzt sehr gehäuft war es kommt alles in Ordnung jedes Mal wenn sie das sagen glaube ich ihnen weniger das macht es nicht weniger wahr also während wir hier rumfahren können wir ja ein bisschen quatschen wenn nicht gerade unsere Begleiter quatschen äh Achtung dieser Schrott ist ideal für Plünderer ja gut ähm wie findet ihr das eigentlich mhm also ich hab das Gefühl oder bei mir ist es mittlerweile so ich brauch nicht mehr so will ich hier nicht schon nee anscheinend nicht okay ich brauch nicht mehr so ewig große Spiele weil mhm okay meine Zeit fürs Zocken ist auch generell knapper geworden ähm also ich hätte mittlerweile lieber gerne etwas kürzere Spiele das letzte lange Spiel was ich gespielt hab war Baldur's Gate 3 äh da hatte ich aber auch relativ viel Zeit zum Zocken hatte ich nämlich Urlaub ähm und oder hab das oft im Urlaub dann gespielt weil das Spiel ein bisschen Zeit braucht aber jetzt merke ich auch Andromeda ist ja auch echt lang ähm und ich hab momentan einfach gar nicht mehr so den krassen Bedarf an langen Spielen also an super langen Spielen wo man sag ich mal so 100 Stunden plus Minimum hat ne also Baldur's Gate mein erster Spühldurchlauf das waren auch 170 Stunden äh das ist schon halt recht viel ich glaub das Bedürfnis hab ich momentan gar nicht mehr weil weil ich einfach kaum noch so richtig Zeit habe zum Zocken okay da und da dann gucken wir mal jetzt wird's lustig warum wird's jetzt lustig so weil ich daneben springe okay Drake der Punkt geht an dich und da und da noch ja aber könnt ihr ja mal sagen wie sieht's bei euch denn gerade aus oh daneben gesprungen habt ihr noch weiß ich nicht Energiezeit Lust auf lange Spiele oder seid ihr auch eher so weiß ich nicht gute 50 Stunden sind genug uh da bin ich schon wieder runtergefallen und ihr seht Jump and Runs sind nichts für mich und hier noch das sollte es gewesen sein kann auch einfach sein dass ich halt momentan dadurch dass so viel drum herum passiert einfach gerade nicht den Kopf also das Zocken habe dann dann sieht man die Welt ja auch immer ein bisschen mit anderen Augen vielleicht wenn in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen mehr Ruhe einkehrt äh sehe ich das schon wieder ganz anders und freue mich dann über Spiele die mich lange beschäftigt halten also es gibt ja genügend Spiele die einen lange beschäftigt halten es gibt auch noch sehr viele alte Spiele die einen lange beschäftigt halten ähm so und da müssen wir einmal umdrehen und mal hier so ich weiß gar nicht wie wo wir lang können sollen viele auf der Nexus bedauern dass ihre Leute gegangen sind fast alle erkennen dass wir ohne die Kroganer als Unterstützung schwächer sind es musste so kommen wir lassen uns nicht länger rumkommandieren wir haben sie nicht rumkommandiert das war ein Fehler der Führungsregel und der Rest von ihnen bezahlt dafür so läuft das immer kleiner leider ich bin mal echt gespannt ob ob es noch eine Änderung in der Führungsregel geben wird ähm ich würde es sehr befürworten aber mal sehen was das Spiel so sagt oh das könnte könnte das das Gewölbe sein ich glaube lange halten wir es nicht mehr aus in dieser ich finde es immer so krass Sanddünen sehen meist nicht so hoch aus wie sie dann sind irgendwie unterschätze ich sie immer ob wir da hochkommen das sieht halt sehr steil aus na zunut müssen wir irgendwie da rumfahren da sieht es irgendwie weniger steil ich probiere es nicht da das Kind war wohl ziemlich wütend auf sie das übliche die Ausgangssperre ist unfair auf der Nexus bleiben zu müssen wo es sicher ist ist unfair alles ist unfair sie hasst mich ach Quatsch hat sie den Satz du bist nicht meine Mutter ausgepackt diesmal nicht sie machen das gut da hinten ist der Monolith ah Monolith Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs ich habe nicht gesehen dass es so hoch geht guck ich unterschätze die Sanddünen total wow was ist das das ist der Architekt oder nein das ist so ein Sandwurm bestimmt und ein Relikt-Sandwurm oder ist das der Architekt naja wir werden es irgendwann sehen vielleicht sind wir auch gleich tot jeder springt jetzt da hinten rum wissen sie was mich überrascht dass ich fast nicht wütend bin manchmal habe ich das Gefühl ich sollte wütender sein wozu sollte das gut sein Wut verbessert nichts und irgendwann müssen sie sich zusammenreißen und in Ordnung bringen was in Ordnung gebracht werden muss bei ihnen mag das so sein darum haben sie auch die Nexus verlassen aber es ist schwieriger etwas in Ordnung zu bringen das man nicht erkennen kann die müssen wir noch scannen kann das sein die habe ich noch nicht so gesehen ok kann ich nicht scannen kann ich nicht scannen schade na gut wir suchen jetzt drei Glyphen und wo ist die dritte da irgendwo ok wenn es denn Rätsel zu lösen gibt anscheinend nicht ah doch endlich wieder ein Rätsel ok ich würde sagen wir machen das in Ruhe in der nächsten Folge dann lösen wir das und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin ciao 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 Vielen Dank.